hallo liebe gaming freunde was geht ab bei euch ich wollte mich ganz herzlich bedanken für die 1000 abonnenten ich bin immer höflich habe für jeden respekt den ich nicht kenne bin ruhig und bescheiden und versuche nett zu sein denn ich denke es gibt viel kälte hass und negativität wozu dann mehr noch davon zu sehen also es ist schon schwer trotz alle den krisen und miesen bedingungen im leben aufrecht zu bleiben ich habe liebe und frieden und versuche auch es zu teilen mit euch meine philosophie ist alles kommt eines tages zurück und dein charakter bestimmt dein schicksal und ich warte auf mein glück ja also das ist echt krass das ist echt krass wie schnell es ging aber das gibt mir das gibt ein feedback und das zeigt mir dass ich alles richtig mache dass ich alles mit qualität mache lasst uns dankbar sein gegenüber leuten die uns glücklich machen sie sind die liebes liebenswerten gärtner die unsere seele zum blühen bringen das weiß ich darum bedanke ich mich jetzt auch bei euch jeden einzelnen ja gar nicht auszumalen was ich ohne euch wäre deshalb sage ich danke dass ihr mir mit offenem ohr und guten ratschlägen immer für mich da war ja ich werde auf jeden fall weitermachen und bleibt dran leute schaut rein und ich werde mein bestes geben also ich wünsche euch allen was gut ist ja haut rein und ich werde mich zu sagen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018